Bogenschießen ist heute eine meditative Disziplin oder auch eine Sportart. Natürlich, früher war Bogenschießen etwas, mit dem man Tiere und Menschen umgebracht hat. Es gibt dieses Buch, Yoga und die Kunst, Zen und die Kunst des Bogenschießens, wo eben gezeigt wird, dass durch eine große Konzentration eine meditative Stimmung entsteht und dass über eine meditative Stimmung letztlich leichter und anstrengungsloser, aber doch konzentrierter ein Ziel gefunden werden kann. Und so gibt es zum Beispiel in Bad Meinberg auch Bogenschießen, Angeboten von jemandem, der sich auf meditatives Bogenschießen spezialisiert hat. Und auch bei Yoga Vidya bieten wir manchmal Seminare an, Yoga und Bogenschießen.